EcoSeer ist für mich eine sehr gute Sache in die Richtung, dass ich meine Pferde auf einem sehr hohen Level halten kann. In das Training, in das Abruf, in den Prüfungen habe ich gefunden, dass meine Pferde arbeitsbereit sind und fühlen sich einfach richtig gut an, sehr intensiv bei der Sache und das hat mich sehr begeistert nach der Behandlung. Das ist eine Sache, die ich lange gesucht habe und nicht gewusst habe, wo ich hin soll. Ich merke irgendwas an meinem Pferd, wo vielleicht sogar mein Auge nicht sehen konnte, mein Tierarzt hat das nicht gesehen. Und wenn wir das Pferd behandelt haben in der Best Box, habe ich gemerkt, zum Beispiel, wir haben Blockaden oder irgendetwas gelöst in das Pferd, wo er einfach, fühlt sich viel mehr am Tag rein, viel mehr arbeitsbereit an, wo für mich, ich sehe eine große Bereicherung zu meinem Trainingsprogramm, dass das uns, wenn das uns unterstützen kann, würde eine große Hilfe für uns. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020